moin sind meine lieben freunde herzlich willkommen zum letzten part von pokémon weiß jetzt so nicht folgt mich gerade wie in wort worten aha ja ich habe das spiel gekauft so und zwar waren wir hier noch irgendwo stehen geblieben irgendwie stehen geblieben muss mich erst mal dran gewöhnen an die andere steuerung die hier ist also ja stimmt herr wollte konnte fliegen so was machen wir zum letzten part ich weiß es noch nicht wir könnten ein bisschen im weißen wald rumspazieren gehen schweißen hast doch nicht mehr abspack musik richtig ich konnte mich jetzt schicken was sagst du uns das heißt das leben in der wursch hat sehr sehr nervend aufhalten das weiß ich nicht hallo hier sind menschen und pokémon gleichermaßen mit immerhin ich wusste doch gerne ich kann durch bäume durchlaufen das könnt ihr nicht svetlana so wird zurück in die schwarze stadt wie kannst du das nur wollen tuten tun was sagst du uns ja du führst einen teil von ihnen in dir sau ja wir laufen ein gras beschreien werden in zehn angegriffen von einem samurzel samurzel oft um nuss so flucht die eigentlich recht nice gemacht dass der samurzel und sowas gibt naja was machen wir jetzt im letzten part ich weiß es nicht panairo nö die attackensippe nevajo nö hier gibt es auch nichts mehr twindrake nö die kontaktebene und nach strato gehen auf nach strato city herzlich willkommen in strato city frühling sommer herbst ja frühling sommer herbst und liegt nur am abend abnehmen ist das egal ich habe das ja schon mal gemacht nicht wahr kommt erst gleich noch mal frühling sommer herbst da 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 was ist das hier für ein schiff nein ok ich höre jetzt mal aufzucheaten hoppala nein na so was machen wir zum letzten part ich weiß es nicht ich hoffe auf jeden fall mal dass meine stimme jetzt aufgenommen wird sonst muss ich den ganzen fakt noch mal machen naja weil ich habe das nämlich jetzt schon mal scheiße das wollte ich jetzt gar nicht obwohl wo fährt denn die hin hallo wo fährst du hin menschen denkweise lass mich an bord ich bin der captain nein bin ich doch nicht schade hätte sein können komisch naja ich habe meine geist kräfte verloren ich habe meine geist kräfte verloren ich kann es nicht glauben ich wurde abgeschafft habe ich jetzt eine geist kräfte ja jetzt habe ich so auf einmal wieder komisch naja was sind was uns artig zu sagen hat naja naja so die scheiße hat gekonnt auf den ganzen fach hier heiartig opa la ich weiß was man machen kann ist das nervig dass mich hier außen rum und die deutsch wir laufen da da mache ich auch was anderes warum bringe ich ein dauernd mann 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 ich möchte nicht drücken ich möchte ich drücken um das menü zu öffnen nicht rum war meine fresse lustig wäre es ja flug 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 naja geht aber leider nicht warum auch immer es auf einmal herbst ist ich habe keine ahnung richtig tschuldigung habe ich ein tier um so hyper trunk gefunden habe ich ihn wirklich gefunden oder oder hat er mich gefunden heiweidium kirikiriki Oh, stimmt, ja, ist nicht so effektiv. Hups, ja, da hab ich nicht mitgedacht. Scheiße. Nein, scheiße. Das ist blöd von dir, das ist wirklich blöd von dir. Nein. Jetzt seht ihr endlich mal die Back-Animation von Iminchen. Scharauchler. Stirb. Wuhaha. Das Pokémon ist in den tiefen Wout geflogen. Und es kommt nie wieder zurück, du hast es getötet. Gut, Viridium hatte ich schon mal gefangen. Guckt euch mein Pokémon Schwarze jetzt an, da hab ich alles gemacht ohne Cheats. Ja, ich bin ein Cheater, eine Kange-Cheater-Sau. Cheater-Sau. Mach mich fit. Tö-Tö-Tö-T autonom. Tö-Tö-Tö-T. Nein, wollte ich nicht. Böse Seidimantur, geh weg. Hast sowieso keine Chance gegen meinen Finstos. Natürlich. Und ich habe schon wieder A gedrückt. Mann. Ich möchte mich nicht warfen. Ich möchte hier Schutz drauf machen und so. Ja, normalen Schutz. Ne, Top-Schutz. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Wo kommt er auf einmal her? Oh oh. Das ist wohl knapp. Was? Gegen die habe ich noch nicht gekämpft. Willst du mich natzen? Okay, das war wieder geklaut. Wie derf, ich habe noch nicht gegen die Frau hier gekämpft. Gut, machen wir das halt jetzt. Hi. Es geht. Ja, ein Kampfvogel, das mit einer speziellen Nacht Undichtattacke angreift. Logisch. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen die, äh, die, die, wie nennt sich das? Ich wurde gerade im Escape eingeschrieben. Nicht gucken, dass ihr es, dass es eueres war. Jetzt bin ich total rausgekommen. Ich habe, ich weiß wirklich nicht, wovon ich gerade vor fünf Sekunden geredet habe. Skill. Ich bin total rausgekommen. Nachtflut, bumm. Vielleicht werde ich das doch schnell auch noch angerufen. Bumm, ö, 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 ö. Der bedeutet sich. Was ist denn mit Carsten los? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das einzige, was mich hier dran aufregt, ist ja... Carsten? Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Carsten, was ist los? Lalalalalala 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 Hahaha, hallo Hey, WTF? Warum finde ich denn das jetzt auf einmal nicht mehr? Lalalalalala Okay, ich habe auf jeden Fall das Item hier draußen gefunden. Lalalalalalalalalala Das ist mir nicht durch. Wie gehen wir hier rein? Lalalalalalalala Nein Was soll jetzt aber? WTF? Wo muss ich denn langen? Lalalalalalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalala Gut, ich finde es nicht mehr. Ich finde es wirklich nicht mehr. Das war irgendwo da ganz rechts außen. Oh, bin ich dumm. Ich bin sowas von dämlich. Das könnt ihr nicht glauben. Das ist unfassbar. Ja, wenn das mit Fraps bei mir alles funktioniert, dann würde ich auch mit Fraps aufnehmen. Aber da Fraps bei mir immer übelst rumbackt, mache ich es nicht. Cool. Hier ist noch ein Item. Nein, Fonyfras! Gut, auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt mal an dieser Stelle hier bei euch fürs Zusehen bis hierhin und dass ihr so lange dabei wart und bla, bla, bla. Hiermit ist dieses Let's Play offiziell beendet, ich habe keine Lust mehr. Das sage ich jetzt eiskalt. Mann, fliegt dahin, du Affe. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt hier an dieser Stelle beendet. Und ich meine, das war ja recht lustig, Frühling, Sommer, Herbst, kennen wir ja. Ups. Haha, wenn wir durch, Leute durchlaufen, dann fliegen die das nicht. Kann ich überhaupt irgendwie Geist machen? Ja, jetzt geht's. Nein, möchte ich nicht. Verdammte Axt. Ich sage jetzt erst mal gar nichts. Ach schon. Okay, Leute. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden noch... Ah, das könnt ihr eigentlich gleich unter diesem Video schreiben. Was wollt ihr sehen? Wollt ihr Pokémon Schwarz 2 oder Pokémon Weiß 2 sehen? Das kommt jetzt drauf an. Ich werde beide, egal welche Edition ihr wählt, ich werde die mit, mit ohne Cheaten spielen. Bedeutet also, mit ohne bedeutet nicht cheaten. Kannst du dann ganz normal spielen. Und die zweite werde ich da nicht machen. Also, ihr könnt jetzt entscheiden, entweder wollt ihr Pokémon Schwarz 2 oder Pokémon Weiß 2 sehen. Das kommt ganz auf euch an, ob ihr da, auf was ihr da Bock drauf habt. Ich überlasse es mal wieder euch, so wie die Projektwahl, die jetzt nach diesem Projekt hier ist. Das sieht gerade so aus, als ob Terraria das Rennen macht. Das bedeutet, wir werden Terraria wohl ein bisschen zocken. Ich zumindest. Ja, und dann werde ich auch Trine jetzt aufnehmen. Höchstwahrscheinlich, wenn das mit Fraps wieder so funktioniert, oder meine Stimme ist wieder total übersteuert, dann müsst ihr euch damit dann wieder abfinden. Fraps will es einfach nicht anders. Es macht einfach andauernd alles übersteuert. Das kotzt mich zwar an, aber ich kann es nicht ändern. Soweit es mir auch tut. Naja, das wär's dann jetzt von meiner Seite. Wir sehen uns dann, so wie es aussieht, in Terraria wieder. Bis dann, Leute. Adio. Sitzig. Sitzig. Wir sehen uns dann, dass wir uns stemmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020